herzlich willkommen in der aufnahme gleich erstmal schöne runde doom 2 wir wollen ja weiterspielen so ein bisschen gleich geht es los die post ab alles geregelt soweit so gut denn wollen wir mal der berserker eigentlich ja na komm so 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 dann wollen wir mal abratzen hier ja junge 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 jetzt so ein herzliches willkommen zum nächsten abscheiden muss ja hier noch mal ein stück weit wiederholen weil ich da mit dem neuen stream dann verkackt habe und dann auch keine lust mehr hatte irgendwann ist halt die luft halt auch mal raus wollen wir gucken ob wir die map heute schaffen hier äh ja ok ein secret das so offensichtlich ist dass es eigentlich keins sein dürfte herzlich willkommen j 18.000 und shakantor der mich ja gerade schon mit seinem text so begrüßt habe ist ein insider das war schön aufräumen hier so es geht hier die bude auf da sind wir wieder hier revenant du scheiße lassen wir sie mal wenig im zweiten soweit das geht gutes altes doom ein wenig aufgehübscht mit ein paar mods die hut da unten zum beispiel das ist eine mod texturen hier an der wand ist eine mod ein paar items sowie healthpacks und so dann sehen die ein bisschen schicker aus bisschen der zeit angepasst eben scheiße scheiße ja komm dann sägen wir dich erstmal hier na wo bist du voll daneben geballert durch mal speichern nicht dass ich wieder verrecke hier jetzt haben wir schon zwei revenants dort noch mehr pinkies am start ja einen nach dem anderen vornehmen hier wo 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 so einer ist auch noch da gewesen guck was kann man denn hier alles weg sägen das sollte gehen hier drin ist eine unverwundbarkeit das ist auch nett es ist ein bisschen zu spät da paketen haben wir hier irgendwas nachher die nummer auch gefangen genommen auch noch hier kommst du nicht raus hier das knapp ok dann kommen wir hier wieder raus sollte vielleicht ein bisschen mehr plasma nehmen wir das nicht nicht so uns mäßig angebracht ja ja gut jetzt ist es halt zu spät zwei mal unverwundbarkeit zweimal unverwundbarkeit kein wunder dass ich verreckt bin wenn ich die nicht verwende da mal wäre ja sonst noch langweilig noch so gut auch nicht gut was gibt es denn hier noch so so shotgun muni das ist immer gut da fehlt doch theoretisch noch ein secret ja ok so wo dürfte hier noch was gehen da wo noch unwillkürlich auf diese irgendwas müssen verdammt der scheiße steht da noch eine ecke und wartet auf mich hier machen wir mal schönen abgang das sage ich dir das war das teleporter ja gerne somit habe ich auch alle secrets nur nicht alle monster aber da dürfte ja in richtung exit gleich noch was kommen irgendwo irgendwie irgendwas bisschen zeug noch einsammeln mach mal ein kleines bäuschen ja 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 von aber ab und zu ach du scheiße was zur hölle ja gut hier liegt jede menge plasma rum und so und ich glaube dafür brauche ich auch die bfg dann mal eben ne ach du scheiße warteten da noch auf mich da mein rucksack das kann ja noch was geben hier würde 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 na geil um ort wo bin ich da jetzt rein die nummer welche auch ganz vergessen hier aber gut passt sicher habe ich wenigstens was von der so ist fair jungen 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 hier ist was los gibt es noch einen blauen schlüssel ok jau ja alter schwede jetzt hier jetzt weiter wie komme ich hier wieder raus gar nicht oder doch da ist ein schalter junge 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 was hier los ist diese map ist echt heavy er wartet ja auch noch auf mich hier ist ja schon wieder laden welche totalen so was hier gab es jetzt das hier gibt es noch ein bisschen plasma und bfg zurück ne ist ja alles schön tomatensalat ja den habe ich gerade schön geschnitten ne wo bin ich denn da jetzt gerade gewesen wo die da so viele waren und so junge 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 diese karte ist echt krass hier ist schwer was los hier war ich ja gerade das war doch irgendwie ganz woanders gerade wo ich da schon war wo da gerade so die post abging ne gibt es einen raketenwerfer gibt es einen raketenwerfer lässt sich das da eventuell aufschießen nö ok da waren wir schon ja das war irgendwie hier ne irgendwie hier hier liegt auch nicht ohne grund diese ganze plasma bfg muni rum wohl ne alle monster alle secrets ok dann gibt es äh äh was zur helle äh 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 ist auch geil so wo war ich denn da gerade wo so viel von dem blauen zeug da rum lag weil dann kann ich mich hier nochmal ein bisschen wieder aufbauen ne da gibt es shotgun muni das ist auch immer schön da ein bisschen was sammeln hier das bin ich später am arisch hier das war das secret da war doch dieser eine raum mit den tomatensalaten hehehe tja das alter du bist ja blöd hier ah hier ja ich muss ein bisschen mein health hoch pushen hier da geht noch was so und dann die goldene frage wie ich weiterkomme ich habe den blauen schlüssel aber ich glaube das geht schon zum exit ne zu anfang war das doch dann nicht nicht wahr da unten gab es nichts da ist man nur verreckt ja denn haben wir es wohl geschafft würde ich sagen ne und tschü da ja ja da ja ja sachen wie das da gleich zum start man möchte mir guten tag sagen volle granate hier volle lotte gleich die ganz dicke aufräumaktion hier rück mir von der pelle du sack knopf gleich gedrückt hier mal eben so 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 Erstmal schön aufgeräumt hier. Oh, ich ahne Böses, was mir hier gleich wieder fahren wird. Ich glaube, hier gab es nämlich einen Archweil, ne? Ganz unbekannt ist mir die Map ja doch nicht. Hier gibt es auf jeden Fall auch einige sehr viele unschöne Sachen. Oh, ne Armor, die können wir bestimmt gebrauchen. Hier ist Säge-Action, okay. Und eingekresselt, das ist gar nicht gut. Nicht weglaufen hier. Noch mehr und noch mehr und noch mehr. Oh, noch mehr. Oh, wir sparen so Munition mit der Sägerei, ne? Oh Gott, ey. Jetzt haben wir es aber gleich. Oder wie? Ist ja wohl nicht wahr hier. Noch mehr. Äh. Man konnte es jetzt aber auch übertreiben, ne? Jetzt haben wir sie wohl. Jawoll. 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 Erst mal ein bisschen rumlaufen hier. Ja. Das ist doch ein Fall für die Sniper-Chain-Gun. Ich lass mich natürlich schön treffen, ne? Was denn auch sonst? Jetzt. Na gut. Jetzt läuft alles gut. Ja. Tja. Mal gucken, wie es weitergeht, ja? Das würde mich da ja jetzt mal interessieren. Was gibt's denn hier so feines? Na, da brauchen wir dann die ganzen Schlüsse. Okay. Hier unten gibt's erstmal nichts sonst. Aber hier könnte ich runter, ne? So, das ist Wasser. Tut mir auch gar nicht weh. Oh. Ein Fall für die Sniper-Chain-Gun. So. Auch weg. Ich lauf' irgendwie immer mit der Shotgun rum, ne? Mach' diese Waffe hier. Kann man wenigstens was mit reißen, ne? Na, okay. Dann kommen wir hier raus. Doch, hier komm ich hoch. Okay. Gibt's hier hinten irgendetwas hier unten? Irgendwie nicht. Da komm ich dann nämlich mit Sicherheit nicht durch da hinten. Okay. Also gibt's jetzt quasi nur noch den Weg hier rein. Und ich habe dich dran, weil duw. Okay. Dun, dun. Mein round! Da lesen. Weis. Duw. Duw 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 duworaun. YOUT. Duw duw. Duw 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 duw. Warum will mir das nicht gefallen hier? Tja, ich mach's wie Super Mario. Zuerst links und dann rechts. Gefällt mir alles gar nicht hier. Okay, lässt sich nicht aufschießen oder dergleichen. Die auch nicht. Hm. Dann gucken wir erstmal hier. Okay. Äh, ja. Da passiert doch gleich irgendetwas. Ach du Scheiße. Nicht noch mehr von den Viechern. Die gehen wir langsam mal auf den Sack. Die gehen wir langsam richtig auf den Keks. Oh ne. Ja komm her. Ja. Jungen, jungen, jungen. Ja. 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 Ich könnte eigentlich mal ein paar Raketen rauskloppen hier. Das wird aber ungemütlich hier. Das wird aber auch nicht. Das ist aber total unschön. Das wird aber auch nicht. Ich wollte ja nochmal die andere Seite auch durchgehen. Dann mache ich das doch jetzt auch erstmal. Wenn ich mir den großen Raum dann genauer angucke. Oh nein. Oder diese Viecher. Geht mir nicht auf den Sack. Ja. Shotgun ammo, die ist immer gut. Die wollen wir immer haben. So, was ist hier? Sack. Dammter Sau, Sack. Das war's hier schon, ja. Na gut. Na gut. Also der Raum hier. Mit dem einen Schalter hier. Das fährt nur das hier runter. Können ich mir fast gar nicht vorstellen, ne? Aber so ist es wohl. Das wäre Verschwendung an Muni. Tja gut. Tja gut. Ich habe hier eine Schlüssel für eine rote Tür, ne? Diese Tür muss ja irgendwo sein. So. Ja. Ja. Hier geht natürlich nichts. Hier war doch so ein Gebäude, da konnte man noch irgendwas schlüsseltechnisch machen. Wo war denn das? Hier, ne? Oh. Na, kann ich hier durch? Zack, exit und tschüss. Ist ja wahrscheinlich so ein Speedrunner-Trick. Komm, wir nehmen die Armour hier mal mit, das passt dann schon. Hat's damit auf sich? Schräg. Tja, wie geht es denn jetzt weiter hier? Kommen wir da auch raus. Super. Hm. Läuft man sich wieder ein Wolf hier? Ja. Dann geht da eine Tür auf. Okay, da muss ich nur schnell genug sein, ne? Okay. Done. Run, 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 run. Oh shit. Oh shit. Aber geht ja, ne? Das ist doch nicht mehr normal hier. Ah. Ah. Hat das die da jetzt geöffnet? Das sieht halt so aus, ne? Hier war ich doch auch schon mal. Ich kann die Souls-Fair nicht einsammeln, ne? Merk ich auch jetzt erst. Okay. Interessant. Hm. Tja, gut. Und auch nicht gut. Dann machen wir das da mal auf. Ich weiß nicht, ob das irgendwo auf der Karte was ändert, wenn ich hier die Schlüssel hier anwende. Kann ja durchaus sein, käme durchaus jetzt raus ins Exit wahrscheinlich, ne? Aber dann hätte ich hier nicht alles gemacht und das wäre ja doof. Irgendwie. Ich bin ja kein Speedrunner. Ich will ja ja ballern hier. Das Spiel will mich auf jeden Fall rollen. Das ist schon mal soweit klar. Irgendwie muss es hier noch was mit sich auf sich haben, dass ich da nochmal durch muss. Da ging sie wohl auf. Na, auf einen bestimmten Schritt, ne? So. Hier ist doch auch irgendwas, oder? Oder auch nicht. So schräg. Hm. Aha. Da kann man doch bestimmt runter hier, oder? Oh ne. Gut, dass ich gespeichert habe. So ein Mist habe ich mir nämlich gedacht. Tja, wie kommt man da hoch? Das bringt mich aber auch nicht wirklich weiter, ne? Das bringt mich aber auch nicht wirklich weiter, ne? Irgendwie dort. Hm. Hm. Das muss ja irgendwie hier durchgehen, oder? Hm. Das ist schräg. Hm. Das ist sogar sehr schräg. Das ist schräg. Das ist einfach nur schräg. Das ist schräg. Was soll das wieder blicken hier, hm? Soll das wieder blicken hier, hm? Da gibt's nix. Okay. Ja, super. Na, klasse. Na, klasse. Na, klasse. Jetzt haben wir's glaube ich. Da geht's nicht. tja und auch nicht hier unten gibt es rakete und dann kommst du aber nicht raus ja das ist ja auch nett da bin ich da jetzt kaputt wie soll man darüber kommen zum geier ist ja bestimmt so komisch rüberlaufen mal gucken so wird das nix okay okay mh mh alles ganz ist ja alles ganz nett aber ich würde ja gerne irgendwie sind doch hier direkt dahinter ich verstehe es nicht aber mir geht auch die lust fort und deshalb ja heute sag ich mal macht's gut oder besser reichen erstmal für heute wieder haut rein